Musik Guten Morgen! Ach ja, es ist ja keiner da, ich bin ja immer die Erste. Ähm, boah, irgendwie voll ungewohnt wieder im Klassenzimmer zu sein. Also ich meine, wir waren ja jetzt so lange im Sommercamp und so, aber ich finde es auf jeden Fall cool, wieder hier zu sein. Und äh, ja, äh, hatten wir eigentlich noch Hausaufgaben auf? Au, Barsch, endlich! Das Klassenzimmer ist wieder da für uns. Und die Schule geht wieder los und wir werden so viel lernen. Ich bin richtig gespannt, was es so eigentlich dieses Jahr zu tun gibt. Oh, Leila, du bist ja auch da! Hey, Bibo! Hey, schön, dass du sehen. Hey, du siehst irgendwie anders aus. Ja, ich war bei Friseur und hab ein bisschen was machen lassen. Guck mal, es sieht doch voll aus wie Chanel jetzt hier unten, oder? Du siehst aus wie Chanel Zwingts, Bruder. Also deine Haare sind erstens länger irgendwie geworden und irgendwie... Das passiert halt so im Sommer. Du siehst ja so richtig aus wie so Engelshaare jetzt. Ach, danke. Also du hast nichts mit deinen Haaren gemacht, die sind langweilig wie immer. Die sind nicht langweilig. Also ich gehe außerdem auch bald zum Friseur. Okay. Wie waren deine Ferien noch so? Ja, die meisten Sommerferien haben wir eigentlich zusammen verbracht im Camp. Ja, also die letzte Woche. Was hast du in der letzten Woche noch so gemacht? Ich war beim Friseur. Stimmt. Und ansonsten hast du wahrscheinlich nichts gemacht. Naja, also ich hab noch ein bisschen gelernt. Was hast du denn gemacht? Ja, ich hab halt gelernt, aber ich hab noch eine Frage. Sag mal, hatten wir Mathe-Hausaufgaben? Aber ich bin mir nicht mehr sicher, weil... Über die Ferien? Leila, was erzählst du schon wieder für Unsinn? Ja, oder nicht? Man hat über die Sommerferien doch keine Hausaufgaben. Also ich habe hier vorgearbeitet. Guck mal, wir hatten dieses Thema noch gar nicht hier. Aber ich hab das gemacht mit irgendwelchen komischen XY-Achsen. Buchstaben? Nein, Mathe. Ja, aber das sind Mathe mit Buchstaben. Also ich habe vorgearbeitet in der letzten Woche. Hättest du vielleicht auch mal machen sollen. Morgen! Hey, Chanel! Oh, wieso habt ihr so gute Laune schon wieder? Wegen Schule! Ist die jetzt wirklich ihre Sommer-Camp-Krone auf? Also vor allem, das ist die ja nicht mal die Sommer-Camp-Krone. Die hat einfach so eine aufgezogen. Ja, ehrlich, haben wir Fasching oder was? Irgendwie voll peinlich. Ach, Chanel, mach das doch nicht. Wieso bist du in meinem Weg? Kutschst du das da hin? Also, freust du dich schon auf die Schule? Nein, Bibo, ich habe mich noch nie auf die Schule gefreut. Warum nicht? Ich habe den Stundenplan online gesehen. Wir haben immer noch keine Hauswirtschaftskunde. Ich möchte Hauswirtschaftskunde machen. Ach so, haben wir denn Sport? Ja, wir haben immer Sport. Oh, yeah, ich liebe Sport. Und Englisch. Die beiden Fächer von Frau Belova. Das wird super. Nein, Bibo, Sport und Englisch ist nicht mehr bei Frau Belova. Frau Belova ist nämlich auf Ibiza geblieben. Wie? Sie kommt nicht wieder als Lehrerin? Nein, sie hat mir geschrieben. Oh, nein. Ja, sie ist noch auf Ibiza und ich kann sie besuchen in den Herbstferien, hat sie gesagt. Aber sie kommt nicht mehr zum Unterrichten her. Hast du auch gefragt, ob ich sie besuchen darf? Nein, Bibo. Wir haben schon die Sommerferien zusammen verbracht. Die Herbstferien will ich ohne dich verbringen. Ach, Frau Belova kommt gar nicht mehr wieder. Oh, gut. Das ist natürlich schade, weil eigentlich war sie ja schon cool. Aber ich frage mich dann, ich meine, wer macht dann den Englisch- und Sportunterricht? Also vielleicht kriegen wir eine neue Lehrerin oder einen Lehrer. Komm, Frau Belova macht das bestimmt, wie sie alles macht. Oh, nee, ich hoffe nicht. Die alte Hexe. Nein. Ja, es ist wirklich eine Hexe. Also, aber naja, und auch mit Emily. Also, ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, aber sie hat ja die Schule gewechselt. Was? Ja, sie hat mir geschrieben und wir sind immer noch in Kontakt und so, ihr geht's gut. Aber, ja, sie kommt auf jeden Fall nicht mehr hier in die Schule. Sie meinte eh, die Schule hier ist blöd. Und, naja, auf jeden Fall ist sie jetzt auf einer neuen Schule. Finde ich eigentlich fast schade. Aber ganz ehrlich, ist eigentlich gut für mich, weil jetzt habe ich halt viel Platz. Also hier kann ich meine ganzen Sachen verbreiten. Nee, da kann ich mir bei dir sitzen. Ich brauche den Platz. Nee, nee, ich brauche den Platz für mich. Ähm, aber egal, auf jeden Fall. Äh, Chanel, erzähl doch mal, was hast du denn noch so in den Ferien gemacht als Sommer-Camp-Königin? Ja, ich musste mich ja erst mal erholen, weil das war schon wirklich, wirklich anstrengend. Und ich bin erst mal zu Starbucks und dann ist Oma mit mir noch ein bisschen ans Meer gefahren. Weil Bibo haben wir zu Hause gelassen, weil Bibos Papa war ja schon wieder da. Du musst es auch schon mit deinem Papa verbringen. Also Oma ist mit mir ans Meer gefahren, dann waren wir noch shoppen. Und dann waren wir so locker essen, leider. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Denn es gab so guten Kuchen. Ich möchte gerne auch mal in so einem Restaurant arbeiten. Oder Oma soll mir das eigentlich kaufen, habe ich ihr gesagt. Aber sie hat gesagt, ich bin noch zu jung, um mein eigenes Restaurant zu haben. Ah, das singt ja voll cool mit dem Wellness. Also ja, das kann ich mir vorstellen. Mit Starbucks, ja, du liebst das ja da. Also ich war noch nie da, weil irgendwie ist das da so voll teuer. Du musst nicht kommen. Ja, okay, also auf jeden Fall. Aber was denkt ihr denn jetzt so? Also ich meine, welchen haben wir jetzt noch? Neu Lehrer oder so? Oh. Ja, jetzt fängt die Stunde an und irgendwie ist noch überhaupt niemand da. Was haben wir überhaupt als erstes? Ja, eigentlich hätten wir doch Kunst hier bei Herrn Philipp, Philipp. Aber wo ist er denn? Und Frau Barsch habe ich auch noch einen Ding. Ich habe noch niemanden im Flur gesehen. Es ist Frau Barsch. Hey. Und diese Barsch ist blöd. Hey. Was ist denn hier? Soll ich mal irgendwie, soll ich ins Lehrerzimmer gehen und gucken? Ja, geh mal ins Lehrerzimmer. Soll ich gucken? Ja, geh. Geh, 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 geh. Äh, Leute, also ihr werdet es nicht glauben, aber irgendwie, da war niemand. Also im Lehrerzimmer habe ich geklopft, hat keiner aufgemacht und jetzt bin ich total verwirrt. Also ich meine, wir haben doch wieder Schule. Die Ferien sind doch vorbei oder habe ich mich vertan? Ich vertue mich eigentlich wirklich nie. Also nie, nie. Nee, heute ist der erste Schultag. Da stand in der E-Mail, wo auch der Stundenplan drin war. Und auf dem Stundenplan stand, wir haben keine Hauswirtschaft. Bibo, nimm das mal. Das funktioniert hier für mich. Oh, jetzt bin ich die Königin. Nein, du bist nicht die Königin. Ich bin die Königin. Also haben wir jetzt Unterricht oder nicht? Ach, guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt schöne Ferien gehabt und so. Es ist ein bisschen spät, gell? Kurz, eigentlich hättet ihr jetzt mit Herrn Philipp Philipp Unterricht. Naja, der ist noch im Urlaub. Der hat das total verpeilt, dass der Unterricht wieder anfängt. Und ich habe jetzt auch keine Vertretung für euch, muss ich ehrlich sagen. Also, ihr haltet jetzt diese schon nur noch frei. Was aber perfekt ist, weil, kann ich ja schon mal anteasern, morgen wird es eine Überraschung geben. Also, was heißt Überraschung? Es gibt Neuigkeiten. Sagen wir es mal so. Es gibt Neuigkeiten an dieser Schule, speziell in dieser Klasse. Daher möchte ich euch bitten, hier mal bitte alles aufzuholen. Das sieht ja wirklich wieder fürchterlich aus. Tafel wischen einmal bitte mit Wasser. Aber richtig Wasser und Seife. Also nicht dieses Schmierzeug hier, ne? Neuen Schwamm und Kreide, bitte. Macht da mal eure Plätze sauber. Und alles, diese Spinnweben weg, alles einmal durchwischen und so. Wäre super und saugen, ne? Ähm, wie gesagt, morgen, huch, ach, ich bin echt ganz verpfeilt. Ich bin gar nicht bei mir. Ähm, ich bin halt ein bisschen aufgeregt, ne? Ich muss auch noch ein bisschen was organisieren für morgen. Organisatorisches. Wie gesagt, morgen gibt's, ähm, willt ihr morgen hören? Gibt's Neuigkeiten? Also einfach ein bisschen hier, äh, und vor allem benehmen morgen, ne? Benehmen. Ich möchte hier keine Blamagen, ne? Danke. Äh, okay, also, was kommt denn morgen? Also ich meine, äh, meint ihr, das sind die, 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 äh, Schulbehörden oder so? Was? Was ist das, Schulbehörde? Hä? Oder werden wir vielleicht irgendwie gefilmt, kommen wir ins Fernsehen, weil wir im Sommercamp waren? Oder weil wir die beste Schule überhaupt sind? Wir sind nicht die beste Schule überhaupt, Bibo, das ist eine furchtbare Schule hier. Was, wir sind das in den topbesten Schulen? Wer sagt das? Boah, wenn wir gefilmt werden, Leila, du musst unbedingt was mit deinen Haaren machen, so kann man sich doch nicht zeigen. Mit meinen Haaren? Hä, Bibo, hast du mal deine Haare angeguckt? Guck, was soll das denn jetzt? Meine Strähnen sind schön. Äh, du bist doch hier der blondierte Kopf auf einmal. Ja. Was ist mit euch? Also ich, ich, ich bin total... Also ihr müsst euch auf jeden Fall was Vernünftiges anziehen, wenn irgendwer vorbeikommt. Ich weiß nicht, wer... Chanel, du hast doch immer hier diesen pinken Anzug. Ich glaube, das kommt nicht gut. Doch. Oma und ich gehen immer so raus. Oma hat den auch. Und dann sind wir im Partnerlook und das sieht voll süß aus. Ja. Und wir kommen überall richtig gut an. Genau, also, wenn jemand nicht gut ankommt, dann bist du das. Hä, du bist... Was soll das, Bibo? So, naja, wie auch immer. Also ich glaube, wir haben einen richtig wichtigen Termin. Also ich glaube, morgen kommt so eine Behörde oder vielleicht kommen wir wirklich ins Fernsehen. Es gibt ja diese top besten Schulen und da muss ich mich von meiner besten Seite zeigen. Denn vielleicht bekomme ich die Chance auf ein Stipendium oder sowas. Und wenn die, wenn ich im Fernsehen bin und die mich dann sehen, dann muss ich mich vorbereiten. Dann müssen wir hier aufräumen. Wir müssen hier aufräumen. Ich räum dich, ja. Und weißt du, was auch weg muss? Diese Frau Bartsch. Nein, die Frau Bartsch! Das muss weg, so. Eww, nicht in meine Tasche, Lena! Doch, das ist meine. Ah, du bist weg! Also es wird wirklich wichtig werden morgen. Und diese Krone, keine Ahnung, was damit passiert. Leute, räumt hier auf. Morgen? Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ich muss mir noch irgendein neues Outfit kaufen. Ja. Warum kopf ich eigentlich, Bibo? Keine Ahnung, hier ist doch... Moment, warum ist hier niemand? Wo ist Lena? Ja. Die kommen nie später als hier. Ja, und vor allem heute kommt das Fernsehen. Ich glaube nicht, dass das Fernsehen kommt. Es kommt bestimmt niemand. Das war bestimmt einfach nur Unsinn von Frau Bartsch. Warum sollte sie denn Unsinn reden? Es ist halt Frau Bartsch. Sie ist total verwirrt. Ja, aber wenn nicht das Fernsehen kommt, warum sollte Frau Bartsch dann so einen Aufriss hier machen? Also, ich gehe davon aus. Frau Bartsch wollte einfach nur, dass wir aufräumen. Deswegen hat sie uns nicht gesagt, was wirklich passiert. Und ich denke, es wird einfach wieder eine neue Schulleiterin geben. Oder einen neuen Schulleiter. Nicht für Frau Bartsch! Du sollst einfach drauf auffassen, dass mit meiner Krone nichts passiert. Oder generell eine neue Lehrkraft. Naja, aber wir haben ja keine Schulleiterin mehr. Weil Frau Belova ist ja weg. Also, Svetlana ist ja immer noch auf Ibiza. Und die kommt ja auch nicht wieder. Aber wir brauchen ja jemanden Neues, der sich um alles kümmert. Genauso wie Frau Belova das gemacht hat. Aber wir brauchen auch Englisch und Sportunterricht. Das sind meine Lieblingsfächer. Ach, das ist alles Unsinn, Bibo. Du brauchst weder Englisch noch Sport. Vollkommener Unsinn. Doch, das brauchen wir. Aber glaubst du, dass jemand Neues kommt? Vielleicht ja irgendjemand Neues, der so lustig ist wie Philipp Philipp. Eww, Philipp Philipp. Das ist der schlimmste Kunstlehrer überhaupt. Der hat überhaupt keine Ahnung von Kunst. Der hat über... Du erinnerst dich an seinen TikTok-Skandal letztes Jahr. Ja, das war lustig. Nein, Bibo, das ist nicht lustig. Das war richtig, richtig peinlich. Das war purer Quinch, Bibo. Ach, Quark. So viel Quinch habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und ich sehe dich jeden Tag. Ich glaube, da kommt jemand. Können wir nicht einfach unsere... Oh, Frau Barsch. Bestimmt, wie sie alles macht. Oh, nee. Ich hoffe, sie ist nicht... Die alte Hexe. Wer vorbeikommt, ich weiß nicht, wer vorbeikommt. Schaut ihr was von dem... Lehla, du hast... Lehla sag ich schon. Neue Chanel. Okay, nochmal. gut morgen genau ich hatte ja gestern schon mal angeteasert dass heute neuigkeit geben wird ihr habt ja eigentlich ganz gut ganz gut aufgeräumt sieht gut aus ja ich bin begeistert sieht super aus ok kommt dann jetzt gleich das fernsehen vielleicht kommt die behörde aber vielleicht auch nicht vielleicht kommt auch einfach nur die neue schulleitung kommt die schulbehörde fernsehen wie kommt ihr denn darauf also ihr glaubt ja wohl also das fernsehen das wüsste ich aber auch warum wäre wegen dem witz der woche hier oder was glaubt ihr selber nicht genau wir waren im sommercamp naja was auch immer ist mir auch total wurscht und die behörde um gott also wenn die schulbehörde kommen würde dann wird es noch mal anders aussehen dann würde ich auch nicht mit der schulbehörde hier in diese klasse kommen ist nicht böse gemeint aber wir sind die beste klasse ja das denke ich auch ich gehe mal kurz gucken ob sie schon da ist ja okay komm doch mal noch mal mit kommen gerne rein ich schließe die tür so stelle ich doch gerne einfach mal vor was machst du denn hier besuchte uns hier wegen dem dschungel camp nein wo sind die kameras wo sind die kameras hier hier unsere schule ach also sie kennt euch anscheinend schon das macht ja einfach dann brauche ich ja gar nicht mehr klären das ist ja für mich noch viel einfacher dann wenn ihr euch schon kennt tut dann naja ach so das habe ich ja noch gar nicht gesagt ist leila auch hier in der klasse ja der wo ist überhaupt leila sei also seit wann ist die ist doch immer schon ist der da krank sie müsste eigentlich noch kommen das ist ja hier die musterschülerin die leila die kennst du auch okay also wo ist das ist mir egal ob wir im dschungel sommercamp was auch immer dieses sommercamp da bedeutet also nimm ruhig platz setz dich hin genau so das habe ich noch gar nicht gesagt sie ist die neue klasse also nicht zu besuch das ist jetzt unsere neue so die neue schülerin hier in der klasse nein bitte seid nett zu ihr und genau sucht ihr einfach dann einen platz da leila ist nicht da links oder rechts setz dich hin ansonsten habt ihr ich weiß gar nicht was ihr heute habt ich glaube ihr habt später mit der frau bodencamper müller das glaube ich nicht das sind wir haben eigentlich so eine sitzordnung warum bin ich jetzt überhaupt mit euch in einer klasse das ist ja wirklich du kannst da nicht sitzen bleiben ich mein ja du bist ja schon sehen wie leila gleich darauf reagieren wird ja leila ist meine schwester die wird das schon verstehen okay ich glaube nicht aber leila besteht darauf da zu sitzen das ist hier voll 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 wichtig ja ist klar man es ist direkt drama hier ich dachte dass fernsehen kommt und jetzt kommt nur tessa was heißt hier nur morgen leute ich glaube ich bin bisschen zu spät und ich habe das klassenbuch vergessen was denn also naja ich dachte dass fernsehen kommt oder oder irgendwie die behörden und ich wollte natürlich den möglichst besten eindruck machen und bivo jetzt sehe ich nicht mehr langweilig aus guck mal die schleife und aber die frage ist was machst du hier tessa und du bist außerdem auf meinem platz du bist auf mein platz habe ich ja auch gesagt erst mal hallo tessa bist du hier zu besuch also nein ich dachte ja was ist jetzt mit der also wer kommt denn heute wichtig ist ich habe mich doch extra aber warum siehst du denn so aus wenn du denkst dass jemand wichtiges kommt naja ich muss mich halt schön und an dritt anziehen und ein bisschen schick also ich hab das ich war mit meiner mama einkaufen bivo sagt nichts ja ok leila sieht fresh aus danke ja aber leila sagt mal was das tut dass sie jetzt auf deiner rand ist das ist mein platz du müsstest einmal rüber rücken schwester schwester du rückst hier zu mir rüber ok verstehen wir uns na alles klar gut ist ja eigentlich doch egal ob ich da da sitze genau das lässt du jetzt einfach so mit dir machen naja sie ist ja auch meine schwester sie macht auch das was ich hier sagen genau das heißt doch doch so schwester heißt dass man das macht was die andere person von einem verlangt naja ich habe keine schwester ich weiß das nicht bivo also ich habe wieder was neues gelernt aber tessa warum bist du überhaupt hier du hast doch gesagt du gehst nicht zur schule du machst business ja stimmt gerne du machst doch dieses business da also ja du hast keinen bock auf schule warum bist du ja hier ich will ja doch nicht ohne schule ja meine eltern haben es mir verboten ok und jetzt muss ich halt wieder in die schule gehen aber schule ist cool ja was bist du mit uns cool doch also glaub mir wir haben zum teil coole lehrer manche sind nicht so cool aber jetzt bist du hier mit mir und das ist cool sagt mir ein lehrer der cool ist frau und philipp philipp ja also vielleicht sind die lehrer doch nicht so gut also frau klein also frau barsch ist schon mal ok weil sie ist halt gegangen direkt deswegen ist das schon mal ja frau barsch ist ganz ok aber wenn jetzt wenn jetzt also wenn es das jetzt gewesen sein soll ich meine ich habe mich jetzt extra so angezogen das ist jetzt irgendwie echt ein bisschen mehr für deine schwester finde ich ja extra für dich meine schwester bist du denn extra umgezogen und dass du jetzt hier bist und was hast du die woche noch gemacht wie du jetzt frei hattest weil es war ja nur eine woche die wir noch ferien hatten voll wenig also wahrscheinlich den umzug oder ja ich habe meine ruhe genossen von euch nervensegen ja ganz ehrlich ja weil es war schon voll anstrengtes sommerkern das war wirklich anstrengend das stimmt aber also jetzt hast du uns ja wieder ja auf jeden fall ja wir sind halt hier umgezogen und so und keine ahnung meine eltern haben jetzt halt verboten mein business zu machen das war eigentlich voll cool und voll die gute geschäftsidee und ich egal ist auch egal auf jeden fall vielleicht kannst du hier business machen weil der lehrer philipp philipp der macht auch immer so ein komisches business aber der macht das illegal also der will immer kunst verkaufen ich weiß ja nicht ob du malen kannst aber vielleicht kannst du mit dem ja business machen oder so nein ich bin philipp philipp nicht malen aber ich kann business machen das ist eine gute idee vielleicht auch gut schwester naja was auch immer also ich habe willkommen in der neuen klasse das ist doch die stimme wieder vereint wird es zeit für die nächste herausforderung unterricht bei frau bohnenkämper müller war das nicht die stimme aus dem sommercamp ja und das ist die schlimmste challenge überhaupt unterricht mit frau bohnenkämper müller nein frau bohnenkämper müller und wenn ich das sage ich habe mir schon mal Wo ist Chanel? Chanel, bist du ein Geist? Ja, Bebo, ich bin jetzt ein Geist. Wir werden dann nur outdicken. Doch, das ist die Schwesternschaft. Na Tessa, kein Bock auf Schule oder was? Nimmst du mal die Füße vom Tisch hier? Nö, nö. Du bist hier nicht bei dir zu Hause. Und Leila, die kann hier schön in die Ecke. Ich will doch nicht sitzen. Links, links, links ist ein Platz frei. Wie sagt man das hier? Ganz ehrlich, jetzt wo Bebo und Chanel weg sind. Ganz ehrlich, wir alle wissen, diese Krone gehört mir, liebe Leute. Ich bin die wahre Sommerkönigin-Dschungelcamp-Queen. Aber Leila, was ist mit deinen Haaren passiert? Ach ja, stimmt. Ich bin gar nicht Leila, soll ich das verraten? Ich bin eigentlich Ellie. Mach das bitte nochmal. Hallo, ich bin der Bebo. Also heute habe ich mal wieder an das Klassenbuch gedacht. Das war ja auch ein Unding. Wie konnte ich das beim letzten Mal vergessen? Aber ich war auch irgendwie total verwirrt, weil ich dachte ja, das Fernsehen kommt, aber kam ja nicht. Und naja, ich lege das Klassenbuch. Ich muss hingehört und bereite mich mal auf den Unterricht vor. Schon wieder Schule, ey. Zweiter Tag, ich habe gar keinen Bock. Oh, hi Leila, du bist ja auch schon da. Hey Tessa. Ja, oh weia, hätte ich mir ja denken können. Ja, was mache ich hier eigentlich? Mann, ich muss Business machen. Mal gucken, ey, vielleicht geht dir heute noch was. Guten Morgen. Hey. Es ist kein guter Morgen, Bibo. Warum nicht? Ich habe tatsächlich keinen Friseurtermin bekommen. Ich wollte zum Friseur. Wieso hast du eigentlich einen bekommen? Das ist so ungerecht. Da waren doch Sommerferien. Hey. Hey. Hier, guck mal. Hast du diese Aufgabe gemacht? Die zwei Werte X und Y sind zu einer... Leila, du warst doch auch nicht beim Friseur. Oder du wolltest doch auch zum Friseur. Hast du eigentlich einen Termin bekommen? Nee, das war proppevoll. Also vor allem nach den Ferien und irgendwie wollten alle zum Friseur. Ich meine... Sieht man doch, dass sie nicht beim Friseur war. Oh, Bibo, was soll das denn? Warum ist Bibo immer so frech? Mit dem Haartuch sah das besser aus bei dir. Also bei deinem Friseur gibt es auch keine Termine? Äh, nee. Ich wollte einen neuen Friseur ausprobieren, aber die haben gesagt, keine neuen Kunden und irgendwie... Ja, bei mir gibt es auch keine Termine und Oma kann mir auch keinen Termin machen. Das ist total furchtbar und ich muss... Hey. Ich wollte was sagen. Und zwar, wenn ihr... Also ihr braucht alle einen Friseurtermin. Före ich das jetzt richtig? Ja, super dringend. Kennst du jemanden? Ja, genau. Also ich hab da ja so... Ich hab euch ja erzählt, dass ich so ein bisschen... Warum redest du eigentlich jetzt leiser als eben? Also... Ja, weil das darf auch nicht jeder wissen. Das bleibt unser Geheimnis, okay? Ich hab euch gar nicht. Ja. Bibo, Ruhe. Bibo, das geht dich gar nicht san. Bibo. Das ist für Mädels nur. Ja, genau. Also... Also ich mach halt so ein bisschen Business, ja. Wo ich halt so ein bisschen auf Instagram und Co. Leute ein bisschen berate. So... Ich dachte, du machst Aktien-Deals. So mit Geld und so. Mit Geld. Dass du so Geldanlagen, Wertanlagen und so was... Ja. Ich dachte, dass du Geld fälschst oder so, um ehrlich zu sein. Nein. Hä? Hä? Also, sorry. Also das hab ich mir so gedacht, weil ich hab das so im Fernsehen... Nein. Nein. Leute, auf jeden Fall... Also was machst du hier? Ja, also Business ist so, ich kann ein bisschen so Haare machen. Du kannst Haare machen? Ja, aber wie, also was... Aber das muss unter uns bleiben. Kannst du das nachher machen? Schneiden oder färben oder was meinst du? Ja, ich mach alles. Ich mach alles. Kein Problem. Kannst du auch Dauerbille machen? Mach ich. Kannst du auch Bibo meiner richtigen Besuchung passen? Weil der sieht ja schlimm aus. Hey, ich hab ne richtige Frisur. Du hast nichts gehört. Bido, du hast nichts gehört. Genau. Ich hab vor allem Bido gehört. Hast du Zeit? Oh mein Gott. Ich hab auch immer alles dabei. Also ich als erstes. Ich als erstes. Ich Vorleiter. Wie alles dabei. Man braucht doch... Man muss doch Haare waschen, dieses Alufolienpapier für Strehen. Vertraut mir. Und Föhren und... Hast du alles dabei? Und einen Umhange? Ja. Das muss alles aber... Ein Zauberumhang? Spiebo! Wir machen das alles ganz entspannt. Easy peasy nach der Schule erst. Okay, gut. Kein Problem. Alles klar. Ich verlasse mich auf dich. Kann ich da solche Bilder mal sehen? Weil ich guck mir gern die Bilder an, bevor ich einfach mein Haar... Die Bilder von meinen Kunden, die vertrauen mir einfach und die wissen einfach was Gutes. Also Chanel kann man zuerst. Genau. Hast du dich auch endlich mal hingesetzt und mit eurer Geheimniskrämerei dahin... Ja, wir hatten Mädchengespräch. Ich hab immer... Ich hab auch nur was von Zauberumhang und sowas gehört. Das ist nicht mein Problem, dass hier keine anderen Jungs sind. Mädchengespräch verstehe ich. Also, Mädchengespräch. Egal. Na ja. Was haben wir denn jetzt überhaupt für Unterricht? Warum kommt denn kein Lehrer? Wir haben eigentlich Kunst. Also laut Plan. Oh, cool. Aber ich guck mal nochmal nach. Also eben... Okay. Jetzt steht drin, Philipp Philipp hat uns eine Nachricht geschrieben für unsere Klasse. Er kommt nicht. Wir sollen Freistunde machen, Freiarbeit, weil er hat was vorzubereiten. Oh, ich wollte Kunst machen. Nee, ich bin froh, dass wir keine Kunst haben. Dann male ich jetzt einfach selbst was. Hey, Tessa. Tessa. Wir haben ja jetzt Freistunde. Kannst du mir jetzt schon die Haare machen? Ja, kein Problem. Aber nicht so laut, ja. Die Leute sollen es nicht mitkriegen. Es muss nicht jeder wissen. Okay. Also du machst mir jetzt schon die Haare? Ja, okay. Kann ich machen. Ich hol kurz mein Zeug. Holst du dein Zeug? Ich hab doch alles dabei. Ich will jetzt wirklich die Haare machen. Ich weiß doch, was ich im Unterricht. Wir haben kein Unterricht. Wir haben drei Stunden. Du bist meine Schwester und du hältst deinen Schnabel, ja? Weil... Ich hab keinen Schnabel. Was soll das denn? Psst, Schwester. Ich mein doch nur. Es kann ja trotzdem Lehrer kommen, die sind in der Schule. Ja. Ja, das wird aber nicht. Aber das ist eine äußerschulische Tätigkeit. Das ist alles richtig passiert sogar. Das ist auch wirklich total hier mit Spliss und alles. Ja, das muss alles weg. Also das sieht wirklich ganz schlimm aus. Sind die eigentlich blondiert? Ja. Guck mal, ich zeige euch einen ganz einfachen Trick. Ja, wenn man die Haare so nimmt, da kannst du das Ende nehmen und wenn du das dann nach oben so hoch machst halt, dann siehst du, wo der ganze Spliss da rausguckt. Das sieht gar nicht gut aus. Genau. Ich hab keine Chance. Also das müssen wir alles ein bisschen hier verbessern. Ein bisschen Farbe wäre cool. Also ich glaube, pink würde dir super gut stehen. So zwei pinke Strähnen, das ist jetzt richtig modern. Das ist jetzt grad wirklich Trend. Das ist grad in hier so zwei Strähnen. Okay, ich vertrau dir. Ich lass dich einfach machen. Ich lass dich machen. Also ich hab eine gute Idee. Das wird super. Das wird wirklich Bombe. Okay. Wer traut sich? Also ich möchte keine pinke Strähnen. Also irgendwie ist mir das nicht so geheuer. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das für ein Business sein soll und müssen wir dann eher auch Geld zahlen und das ist doch außerdem Schwarzarbeit, wenn man das einfach so macht. Ist das überhaupt angemeldet? Also ich will ja nichts sagen, aber ich find das komisch und ich möchte lieber zum richtigen Friseur und nicht zu Tessa. Also vielleicht macht sie das gut, aber ich möchte keine pinke Strähnen. Und warum haben wir überhaupt keinen Unterricht? Also ich glaube, ich geh mal doch lieber gucken. Vielleicht ist ja jemand im Lehrerzimmer oder so. Dann sollen die Vertretung schicken oder so, weil ich hab keinen Bock hier Friseur nur zu spielen. Ich will was lernen. So, mein Bild ist auch fertig. Warte mal, Leyla. Gehst du weg? Ich komm mit. Ich hol mir ein Käsebrötchen. Ja, ich geh den Lehrer holen oder so. Ich find das richtig gut, dass wir das jetzt machen. Ist nicht so laut. Wo sind denn Leyla und Bibo? Okay, na egal. Umso besser. Auf geht's. Also ich hab natürlich immer alles parat am Start hier. Aber warum ist das denn blau? Keine Sorge. Ja, keine Sorge. Das sieht pink, so wie wir das gesprochen haben. Ähm, genau. Ich würd sagen, ich fang erstmal an deine Spitze zu schneiden. Okay, gut. Ja, weil das geht auch alles ruckzuck, alles gar kein Thema. Okay. Aber ich wollte die eigentlich nicht so kurz. Genau. Ach so, das haben wir gar nicht bestanden. Egal, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Du machst das. Wunderbar. Du machst das. Genau. Ich entspann mich einfach, ja? Genau. Das wird auch nicht so kurz. Keine Sorge. So ne Kopfmassage wäre halt auch noch so ganz schön. Genau. Genau. Hier oben ist auch total spliss. Also das sieht aus, ey. Wirklich. Das ist, ähm, genau. Hast du denn auch Tipps irgendwie, wie ich die pflegen sollte, damit das nicht wieder... Ja, genau. Am besten nur einmal die Woche waschen. Also einfach wirklich, einfach gar nicht zu... Weißt du, weniger ist einfach mehr. Und, ähm, genau. Dann läuft das Ganze schon viel besser. Oh mein Gott! Ähm, so. 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 Und dann haben wir erstmal das gröbste Spliss hier alles schon mal abgeschnitten. Ähm, genau. Oh je. Warte, das muss ich auch noch... Das ist, das ist... Ich glaube, das sind doch ganz schön viele Haare. Nein, nein. Das ist nur... Du hast halt viel Spliss, ja? Das müssen wir halt einfach hier ein bisschen kommentieren. Okay. Du bist die Expertin, ne? Genau, genau. Und jetzt, du willst ja diese pinken Stringen, so wie ich es dir gesagt habe. Ja. Genau, deswegen möchtest du das. Mhm. Und deswegen machen wir das auch. Ja. Da habe ich so ein richtig gutes Ding. Das hält auch, ne? Also das ist wirklich Färben. Also das Pink, das... Okay. Das bleibt dann auch erstmal pink, ne? Also... Aber ist das nicht blau, was du gerade machst? Nein, nein. Keine Sorge. Also das sieht vielleicht... Das hat so einen Stich blau, ja? Mhm. Also das ist aber mit Absicht so, ne? Also das ist schon... Okay. Ich weiß ja, ich bin ja Profi, ne? Also ich mache ja mein Business hier schon seit längerem. Ja. Und ähm... Von wem hast du das denn gelernt? Ähm... Ich habe mir das selbst beigebracht. Also ich habe mir auf YouTube da so ein paar Videos reingezogen. Genau. Und dann... Ich muss mir das Backen ja auch selbst beibringen. Genau. Und die ja Bäckerin werden. Aber hier in der Schule lernt man das ja nicht, ne? Genau. Also keine Sorge, das ist so... Willst du mal auf die Friseurschule gehen? Ähm... Ne, brauche ich ja nicht. Ach so. Ich kann es ja schon weiter. Richtig. Das ist es ja. Genau. Und dann kommt mein Wundermittel immer noch drüber. Das liebe ich halt. Okay. Das ist das neueste Produkt auf dem Markt überhaupt, ne? Achtung mal. Mess deine Augen. Hier, ich mache die Augen so, dass es eh besser ist. Das ist jetzt bisschen wie... Ah! Ah! Das riecht wie Karneval! Ja, nur zwei Strähnen, ne? Du wolltest ja... Das ist sehr gut. Genau. Kein, kein... Also nicht so richtig. Ist mir jetzt auch nicht so wichtig, aber auf jeden Fall sieht nachher gut aus, ne? Genau. Auf jeden Fall, genau. Es wird wunderbar aus. Und man sagt immer, das Wichtigste ist, es sieht gut aus. Genau. Das ist noch mal hier... Das riecht besser! Ist das Pfirsich? Ja, genau. Das ist Pfirsichgewuch. Ja, genau. Augen zu am besten. Ja, es kann vielleicht ein bisschen brennen jetzt in den Augen. Keine Sorge. Alles gut. Warte, ich muss noch mal hier... Da habe ich gesehen, da ist immer noch ein bisschen zu viel Spliss. Also das ist... Die eine Seite da, das ist ganz schlimm. Also es ist wirklich ganz so... Genau. Okay, so wird das. Und jetzt, äh, zu guter Letzt, das muss alles jetzt schön einwirken, ja? Da kommt jetzt diese wundervolle Haube drauf. Das sieht auch überhaupt nicht aus. Ah, das war mein Auge! Entschuldigung, ja. Da musst du ein bisschen... Darfst du nicht so pingelig sein, okay? Mhm. So, das wird jetzt... Das Ganze wird jetzt einwirken und du wirst sehen. Das wird dann gleich alles wundervoll aussehen. Okay. Also das... Einfach eine Viertelstunde einwirken und dann siehst du gleich das Endergebnis. Soll ich derzeit einen Spiegel holen? Dann kannst du gleich gucken. Bitte, bitte hol einen Spiegel. Wunderbar. Sehr gut. Soll ich dir Augen zulassen? Ich höre und sehe. Bleib einfach ruhig. Ich muss noch kurz telefonieren. Ja, ich hole dir einen Spiegel und dann... Okay. Danke dir. Jo, Schwester, was geht? Jo, Schwester, ich bin wieder zurück. Okay. Also merke dir eins, Tessa hat immer einen Spiegel parat. Danke schön. Bitte schön für dich. Aber du musst... Nein. Noch nicht kurz. Du musst noch ein paar Minuten warten. Also du musst noch ein bisschen einwirken. Ich entspann mich noch ein bisschen. Vielleicht kannst du in der Zeit noch die Haare, die ich dir abgeschnitten habe, zur Seite fegen. Ja? Weil ich muss jetzt noch mal telefonieren. Alla Hauptjob. Nein! Guck, ich habe es ja gesagt. Also hier einfach irgendwie so ein Business und das ist total illegal. Das darf man ja nicht. Das ist ja Schwarzarbeit. Ja, guck, da... Chanel, nimm sofort diese furchtbare Haube ab. Und da liegen überall Haare auf dem Boden. Warum liegen da Haare auf dem Boden? Ist denn hier eigentlich los? Die wurden abgeschnitten einfach. Also Tessa hat mir die Haare geschnitten. Und sie hat gesagt, ich soll mich noch ein bisschen entspannen. Und das muss auch noch fünf Minuten drauf bleiben. Ja, muss man dabei so furchtbar aussehen? Vor allem in der Schule. Ich sehe nicht furchtbar aus. Ja, wir hatten ja Freistunde. Sie haben ja keinen Unterricht gemacht bei uns. Ja, ehrlich. Warum hatten wir eigentlich... Das verstehe ich alles nicht. Ich weiß einfach, wie es so heiß ist. Wir haben wenigstens eine Klimaanlage im Lehrerzimmer. Was? Ich dachte... Egal, egal. Ich dachte, sie bereiten irgendwas für uns vor. Aber ich habe auf jeden Fall die Haare geschnitten bekommen und das muss jetzt noch drauf bleiben. Wann kannst du das denn endlich dann abnehmen? Also jetzt bin ich auch gespannt, wie es aussieht. In drei Minuten, hat sie gesagt. In drei Minuten? Das dauert ja ewig. Hättest du mich nicht drei Minuten später holen können, Layla? Ja, das weiß ich doch nicht. Tessa, ich glaube, es sind jetzt drei Minuten rum. Ach, da fehlt ja auch mein Zeit. Ich komm, ich komm, ich komm. Hallo. Äh, yo. Wer sind Sie denn überhaupt? Wer bist du? Das ist unser Lehrer, der endlich Unterricht machen sollte. Das ist Philipp Philipp. Ah, hallo, Herr Philipp Philipp. Sie, hallo, hallo. Ja, also kann das also. Kann das auch immer. Genau, also wir müssen jetzt hier erst mal ganz kurz, bevor wir Unterricht machen, erst mal müssen wir jetzt gucken. Wir machen den Unterricht. Wir wollen wissen, wie schon hier jetzt aussieht. Meine Ohren! Schütteln hier nochmal. Gut. Nochmal ein bisschen einmassieren, so. Bist du bereit? Ich bin bereit. Hast du deinen Spiegel verraten? Nee, ich weiß nicht, wo der Spiegel ist. Philipp Philipp, geben Sie mir den Spiegel bitte. Genau, genau. Okay. Okay, gut. Gut. Ja. Bereit, Achtung. Oh, das ist ja wirklich pink geworden. Tada. Wow. Das ist voll schön geworden. Und es ist nicht blau geworden. Ja, natürlich. Das hast du wirklich richtig gut gemacht. Das sieht wunderschön aus. Und guck mal, der Übergang ist jetzt auch viel natürlicher zu deiner Naturhaarfarbe. Und viel besser als Kunstunterricht. Ja. Also das ist Kunst. Das ist auch Kunst. Das ist Kunst. Ja, sehe ich auch so. Was hast du gemacht? Philipp, ja, das habe ich gemacht. Also das ist ja fantastisch. Ja. Also das solltest du auf jeden Fall weiter verfolgen. Also das Business unterstütze ich natürlich. Ja. Wenn du mal eine Frisur brauchst. Kein moralisch. Nicht mit Geld. Ist auch günstig und so. Ich mache dir gerne die Haare. Ich bin Lehrer. Also ich sollte natürlich umsonst Geld eine Frisur bekommen. Aber an meine Haare lasse ich niemanden dran. Das mache ich schön selbst. Also danke Tessa. Ich schicke dir nachher das Geld. Ja, alles klar. Aber kann das bitte unter uns bleiben. Ja, das muss nicht jeder mitkriegen. Ein neuer Tag. Was haben wir eigentlich heute für einen Unterricht? Haben wir nicht irgendwie... Keine Ahnung. Aber es ist doch irgendwie ein Plan, dass wir Musik bekommen. Also ich glaube da nicht ran. Wo bist du eigentlich gestern? Meine Haare, wollte ich noch sagen, sieht total schön aus. Dankeschön. Wo bist du eigentlich gestern abgeblieben? Ich wollte Käsebrötchen kaufen und hab mich wieder verlaufen. Ach Bibo, warst du wieder in Dortmund? So schlimm war es dann auch nicht. Sicher? Wo spielen wir denn? Nein, ich bin sicher, dass es nicht in Dortmund war. Guten Morgen Leute. Guten Morgen Leila. Guten Morgen. Hey, seit wann sitzt du hier? Bibo ist im Weg. Ich kann mich da nicht hinsetzen. Hier ist voll viel Platz. Ja gut, ist in Ordnung. Das ist ja auch mein Kissen. Weil ich meine, wenn Tessa kommt, dann wird sie dich schon wegscheuchen. Nein, ich sitze jetzt hier. Hast du schon Janels neue Haare gesehen? Ja natürlich, ich war da. Sieht gut aus. Ich war da. Du warst nicht da. Du warst in Dortmund. Willst du nicht auch mal deine Haare ändern? Ja, mache ich noch. Hey, möchte jemand von euch einen Kaugummi haben? Ja, cool. Du kriegst eins. Du kriegst eins. Oh, danke schön Leila. Du kriegst auch eins. Das ist das kurze, was du je gemacht hast. Danke schön. Was sind denn das für Flecken auf dem Kaugummi? Äh, das ist... Spaßflecken. Das ist... Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die sind vielleicht... Also schmecken... Wie schmecken die so? Richtig gut. Das geht bitte in die Nase. Wie so ein Eisdrache oder so. Die sind ganz schön scharf. Ja, habe ich doch gesagt. Ja. Gar kein Bock, schon wieder Schule. Das ist echt anstrengend. Guten Morgen. Hi Schwester Yobi. Bitte deine Stimme laut. Bitte leise. So, was geht? Was geht? Haben wir jetzt eigentlich gleich Musik? Oh, guck mal rüber. Du hast Kaugummis. Geil. Äh, ja. Gib mal. Ja, hier. Cool. Die sind ein bisschen scharf, habe ich mir sagen lassen, haben die beiden gerade gesagt. Ja, so viel zu scharf. Ich habe das schon wieder rausgetan. Aber scharf ist doch immer gut, oder? Nein! Ich habe die übrigens noch nicht probiert. Ich probiere die gleich. Ich will erst frühstücken. Sehr scharf, Schwester. Ja? Was zur Hölle ist das, Bro? Ja, keine Ahnung. Ich finde, das macht Spaß. Also ich esse das, ich muss erst mal frühstücken. Die haben auch einen ganz komischen Nachgeschmack. Echt? Ich glaube, das sind so spezielle Kaugummis oder so. Hier, da, ich habe es weitergegeben. Oh, das ist so scharf. Aber du bist doch sonst immer, also du hältst das doch sonst immer aus. Willst du was trinken? Ist das so scharf? Was hast du, Tessa? Ja, das ist mega scharf. Ich habe meist auch ausgesprungen. Okay, dann ist ja alles gut. Dann esse ich das vielleicht lieber doch nicht, wenn das so scharf ist. Ich habe wirklich schon Bauchweh. Ey, was ist das? Bauchweh? Das blöste du nur ein. Ah, okay. Schön, das fängt an. Aber der Lehrer ist noch nicht da. Aber dann sollte ja gleich jemand kommen. Vielleicht kannst du das dem Lehrer anbieten. Das ist so scharf. Was ist denn sowas, du? Ich kau' mein Kaugummi immer noch. Bibo, ist der eigentlich auch so warm? Ja, es ist auch Sommer. Vielleicht kannst du mir, gib mir mal den Fisch. Ich muss mir ein bisschen noch zu fischen. Okay, also das ist echt total warm. Was ist das denn? Ist noch offen. Bibo, mir ist ganz schön warm. Ja, es ist ja auch so warm. Mein Magen. Oh, Bibo. Ja? Ist ja auch... Ja, jetzt wo du es sagst, also mein Magen grummelt auch. Aber ich habe auch noch nicht richtig was gegessen heute. Meinst du, wir sollten das Fenster mal aufmachen? Wobei, ich glaube, das wird immer schlimmer. Ich glaube, ich muss mal... Bibo, rein, bleib weg. Ich muss auf Toilette. Ich muss auf Toilette. Ich mache das Fenster auf. Oh, Chanel ist jetzt auch schon eine ganze Weile weg. Aber mein Magen grummelt, das ist auch echt... Ich glaube doch nicht, dass das nur vom Hunger kommt. Das ist echt... Ich sollte vielleicht doch mal das Fenster öffnen. Irgendwie hier. Ein bisschen frische Luft reinlassen. Oh, nee. Das hat es nur noch schlimmer gemacht. Also jetzt ist richtig mit aufstehen. Ich muss auch aufs Klo. Was ist denn mit den beiden los? Haben die was Falsches gegessen? Oder sind die krank? Tessa? Hast du das mitbekommen, was da los war? Was ist mit dir denn jetzt los? Mein Bauch... Das tut so weh. Du auch? Ja, ich habe richtig krank, Junge. Ich glaube, wir haben irgendein Virus im Klassenzimmer oder sowas. Also ich habe nichts. Gott, ich... Geht es dir gut? Ich muss aufs Klo. Tessa? Oh mein Gott, oh mein Gott! Tessa, also... Das sieht ja gar nicht gut aus. Was ist denn hier los? Also... Also wenn hier ein Virus ist, dann will ich natürlich nichts zu tun haben. Ihhh. Also ich möchte nicht krank werden. Das ist echt merkwürdig. Die sind ja jetzt echt schon ganz schön lange weg. Und dann geht es denen ja anscheinend echt schlecht. Hey Leila, du hast Kaugummi? Kann ich auch eins? Äh, klar. Hier, nehmt euch. Also verteilt euch. Nehmt ruhig alle Kaugummi. Na gut, dann gehe ich vielleicht doch mal schauen. Ähm, Leute. Geht es euch gut? Ähm, das liegt ja gar nicht gut. Leute, geht es euch gut? Nein! Oh nein, mir ist so schlecht. Ich habe so bauchkrämpftige. Lieder die weg! Kann ich was für euch tun? Nein! Ähm, okay. Gut. Juga, was war das mit dem komisches Kaugummi, ey? Ich hab so ein Traum noch nichts gegessen. Kaum esse ich dein Kaugummi sonst. Ist mir so schlecht, ey. Tessa, meinst du das liegt an dem Kaugummi? Oh, mir ist so übel! Ähm, also das Kaugummi... Naja, das hab ich halt bei meiner Mama so zu Hause bei uns im Badezimmerschrank gefunden, da wo die Zahnbürsten drin sind. Oh nein! Da war das neben den Kopfschmerztabletten, also... Oh mein Gott! Das ist Abführmittel bestimmt! Abführmittel... Oh nein! Wie, wie... Oh nein! Dann war das gar kein Kaugummi, also... Wie blöd, Mann! Und jetzt geht's nicht wegen Milchstabletten. Ich hab das doch auch noch der ganzen Klasse gegeben. Oh mein Gott! Ich muss sofort verhindern, dass das noch mehr Leute essen! Ich muss mal gezien, Junge! Oh mein Gott, Leute! Ihr dürft das Kaugummi auf gar keinen Fall essen! Oh mein Gott! Ich glaube, es ist so spät! Vielleicht sollte ich irgendwie zur Apotheke und Gegenmittel oder so holen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Boah, jetzt ist mir selber schlecht. Hier stinkts ja! Bibo, möchtest du Kaugummi haben? Noch mehr? Mhm. Aber vorsichtig! Die sind richtig! Oh nein! Mir schlecht! Wollt ihr auch alle Kaugummi haben? Das ist dein Ernst? Ja, ich möchte Kaugummi! Hier! Ich will mich ja nicht anstecken oder so, aber... Nee, ich will Kaugummi! Geil! Machen wir nochmal, aber die Stimme war schon sehr extravagant. Warte nochmal! Hä? Was ist denn das? Sag mal, was hast du mit Layla gemacht? Ich? Ich bin unschuldig. Ich frisier nur die Haare schön. Also, falls jemand einen Deal braucht oder so, also neue Haare, ihr wisst Bescheid, ne? Meldet euch bei mir. Ich hab eine Wimper, glaube ich, im Auge. Okay, Leute, schreibt mal in die Kommentare. Seid mal ehrlich, Hand aufs Herz. War schon ein bisschen blöd von Layla, oder? Dass man das nicht unterscheiden kann, Kaugummi von Abführmittel. Das ist nicht so gut. Also, schreibt es in die Kommentare. Das war wirklich... Das fand ich nicht... Das war einfach uncool. Ich fand das nicht korrekt von Layla, dass sie das vorher nicht lesen konnte. Überhaupt diese Layla, diese Streberin. Schon eigentlich ne uncoole Socke. Aber mit Tessa, das könnt ihr auch mal kommentieren, mit Tessa, das wertet sie auf in der Coolness, oder? Na, das wollen wir ja mal sehen. Ja, kommentiert mal. Ich wünsch dir einen Virus. Ich wünsch dir einen Bactillus oder Bacillus, der dich wunderschön macht. Okay, Show ist vorbei. Haben das alles nicht mehr. Guten Morgen, Layla! Layla? Warum ist Layla denn nicht da? Das ist das letzte Mal an meinem ersten Schultag passiert. Also, voll komisch, dass Layla noch nicht da ist. Ich mein, Chanel weiß ich ja. Die ist krank. Das hat sie mir vorhin gesagt. Aber... Layla ist sonst immer als erste hier. Das kann eigentlich gar nicht sein, dass sie nicht hier ist. Ich bin total verwirrt. Was ist hier los? Yo! Hä? Warum ist nur Bibo hier? Und wo ist der ganze Rest? Geht ja schon mal wieder super los. Guten Morgen, Tesser! Yo! Sag mal, wo ist eigentlich meine Sis Layla? Sagst du vielleicht erstmal zurück guten Morgen? Das ist voll unhöflich. Und man soll auch nicht die Schuhe auf den Tisch wohnen, habe ich gehört. Ja, keine Ahnung, wo Layla ist. Du gehst mir jetzt schon auf die Nerven. Ich heiße Bibo! Das habe ich dir jetzt schon tausendmal gesagt! Wirklich, Junge. Ich habe gar keinen Bock mit dir zu sein hier, ey. Ich habe auch überhaupt keine Lust auf dich. Wo ist Chanel? Ich finde das doof, dass Layla nicht da ist. Chanel ist krank. Wenn wir jetzt den ganzen Tag hier alleine sind, das ist doch voll blöd. Guten Morgen zusammen. Oh, das ist ja eine magere Besetzung hier heute, ne? Wo sind denn... Warte mal, wer fehlt hier? Die Chanel und Layla, ne? Wo sind die? Kann mir das mal jemand sagen? Guten Morgen, Frau Barsch! Chanel ist leider krank. Und Layla weiß ich auch nicht. Tschüss, du bist doch Lehrer, oder was? Bitte was? Habe ich das hier gerade... Also das ist ja total... Also das ist ja wirklich superunterscheinend. So, Gott sei Dank haben wir das Klassenbuch hier liegen lassen, ne? So, das gibt erstmal einen saftigen Eintrag, der sich gewaschen hat. Also sowas ist ja wohl... Also hier so ein... Unglaublich. Und was ist das überhaupt? Also wer von euch Banausen hat das denn hier schon wieder... Also... Findet ihr das etwa witzig, oder was? Oder war das hier Philipp? Philipp, oder war das jemand von euch, ne? Du Tessa vielleicht? Das war ich Frau Barsch! Aber das sind doch nicht Sie Frau Barsch, sondern das Frau Barsch. Schauen Sie doch mal, die Ähnlichkeit ist doch unverkennbar. Das haben wir im Kunstunterricht gelernt. Aha. Also da sage ich mal überhaupt nichts zu. Also das ist ja schon wieder... Also mache ich hier einmal Vertretung in dieser Klasse. Weil ihr wisst ja selber, ich habe ja Gott sei Dank nichts mit dieser Klasse so wirklich zu tun, ne? Bin hier nur für Vertretung, weil Frau Bohnkämper-Müller... Ist... Ist... Ist egal. Komm, reden wir nicht drüber. Egal. Auf jeden Fall machen wir heute Gruppenarbeit. Dann habe ich da nicht mit so viel zu tun. Ihr könnt euch selbst beschäftigen. Ähm, Bibo, setzt sich mal bitte neben Tessa, weil wir sind hier heute nicht so viel. Ihr arbeitet auf jeden Fall zusammen und kriegt gleich von mir eine Aufgabe. Aber warum soll ich mich denn jetzt umsetzen? Warum kann Fessa sich nicht umsetzen? Yo, ich habe keinen Bock mit dem hier zusammen zu sitzen und irgendwas. Ich brauche hier meinen Platz, ja? So, was soll ich mit Bido? Also bitte, Frau Lehrerin da. Ach, das ist ja echt ein Kindergarten wieder. Meine Güte jetzt Bido, Bido, Bibo, wie weit? Bibo! Bibo, jetzt setzt sich doch einfach zu Tessa jetzt. Also das ist ja hier wirklich... Wie alt seid ihr eigentlich? Das ist ja, das ist ja schrecklich hier. Oh Mann, ich heiße Bibo, warum kann sich das denn keiner merken? Dann nehme ich jetzt halt meine Sachen. Yo! Tessa, mach Platz! Ganz bestimmt nicht. Tessa! Nein, ich brauche keinen Platz! Frau Bart hat gesagt, wir sollen hier zusammen arbeiten! Nein! Ach Mann, ey! Ich muss hier jetzt sitzen. Ich finde das auch nicht gut. Ja, aber du bist doof. Du gehst mir voll auf die Nerven! Nein, du gehst mir auf die Nerven, Bido! Nein, du gehst mir auf die Nerven! 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 Ja, la 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 la! Meine Nerven, das ist unglaublich. Okay, wir machen das jetzt wie folgt. Also, ihr zwei, ihr haltet mir jetzt einen Vortrag, also gleich am Ende der Stunde, ihr habt jetzt da noch gute, ich glaube 45 Minuten Zeit, über hier das Heimtier des Jahres. Hier diese Barthagam oder wie die da heißen, ne? Da erzählt ihr mir gleich einen darüber. So und ich will, dass ihr jetzt wirklich euch zusammenreißt, denn ihr müsst das später vortragen. So, das werdet ihr wohl hinbekommen. So und ich geh mir jetzt erstmal ein Käffchen holen hier. Was ist das hier? Bartagame? Was? Das heißt Bartagame. Das ist ein Reptil. Das ist voll cool. Ja, das sehe ich jetzt. Ich mag Reptilien. Ja, so siehst du auch aus. Ja gut, dann haben wir es doch geklärt. Dann machst du den Vortrag und ich mache so lange Business. Du musst auch was machen. Äh, yo, ganz bestimmt nicht. Die lässt uns hier alleine. Also ich habe was Besseres zu tun, ganz ehrlich. Also ich meine, ich weiß Sachen über Bartagame, aber ich habe jetzt auch, ich habe ja gar kein Handy. Ich weiß nicht, wo soll ich denn was hier nachsuchen? Ich habe doch gar keine, ich habe hier nur Mathe. Ja, dann denk dir was aus in deinem kleinen Köpfchen, Bido. So funktioniert das nicht. Google, du hast das Handy, du hast das schon gegoogelt, dann guck du das doch jetzt nach. Du arbeitest, ich bin da und kontrollier's nachher und dann trägst du's vor und alles wird gut. Aber du kannst doch jetzt direkt was raussuchen. Yo Bruder, geh mir jetzt nicht auf die Nerven, okay? Nee, also so funktioniert das nicht. Doch, genau so funktioniert das. Nee, also da stelle ich mich jetzt auch bockig. Guck mal, ich mache schon so lang, mein Leben lang Business. Ich weiß, wie das funktioniert, okay? Du machst einfach das, was ich dir sage, ganz einfach, easy peasy. Nee, mach ich nicht. Ich bin nicht dein Bro, ich bin der Cousin von Chanel und das war's auch. Ja gut, ist mir auch egal, komm, mach einfach die Arbeit. Ich mache Pikachu weiter. Also, sollten wir vielleicht doch anfangen? Nein! Also, ich male jetzt wenigstens schon mal eine Bad Agame so aus dem Gedächtnis. Aber so ganz genau, ich weiß nicht, wie viel das bringt. Kannst du mir sonst nicht wenigstens dein Handy geben, dass ich was nachgucken kann? Jo, ganz bestimmt nicht, also ich glaube, es hackt. Ja, aber ich glaube, wir haben nur noch fünf Minuten und alle anderen, die haben schon voll viel präsentiert und was vorbereitet und so. Oh, das ist dein Problem. Frau Basch kommt doch gleich wieder. Ach, die, die es seit einer Stunde Käffchen trinken, bis die, ach, was kann die denn schon? So, so, Zeit ist rum. Bibo, Tessa, fangt ihr bitte an hier. The place is yours, ne? Oh nein, jetzt müssen wir auch noch anfangen. Jo, das könnte man. Wir haben nichts außer das Bild der Bad Agame, das ich gemalt habe. Was sollen wir denn jetzt präsentieren, oder? Jo, ich habe dir doch gesagt, was zu tun. Kannst du einfach Google dann vorlesen oder so? Nein, du gehst vor und trägst aus deinem kleinen Köpfchen da was vor. Wir gehen zusammen jetzt nach vorne, Frau Basch steht da schon ganz geduldig und starten uns an. Seid ihr jetzt mal so weit nach, was ist da los? Los. Nein, ich will nicht, Bido. Bibo. Nein. Jo, also. Hallo. Also, hallo, genau. Wir sind Tessa und das ist Bido. Bibo? Genau. Also. Wir reden heute über die Bad Agame. Genau, Barter Game. Kann man auch so sein. Kann man nicht. Nein, sei ruhig. Also. Also, ein Bad Agame. Bad Agam. Ist ein Reptil. Ist ein Reptil. Genau, ein Reptil. Jo. Und Bibo, Bido, Bibo hat sogar ein richtig cooles Bild gezeigt. Das ist eine Zeichnung aus meinem Gedächtnis. Genau. Genau. Und das ist Pikachu. Genau. So sehen die aus. Das kann ich auch nochmal an die Tafel malen. Frau Basch, ist das okay? Tessa redet und ich male? Jo. 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 Bruder, du musst jetzt noch gute Sachen sagen. Nein. Was du darüber weißt. Oh. Ja. War nicht irgendwas mit Zellatmung? Saga einfach. Mitochondrien. Saga einfach. Saga einfach. Ähm. Also, die essen Zellatmung? Die Quadratwurzel von zwölf ist... Nein. Nein. Also, Barter Game, die, 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 die... Was fressen die denn gerne? Die essen, die fressen, äh... Gras. Die fressen Gras. Genau. Nein, das glaube ich. Ich glaube, das stimmt nicht. Junge, wir müssen gerade als Team... Ja. Gras. Genau. Gras essen die. Genau. Und jetzt... Nein, das ist gelogen. Ich habe jetzt was... Jetzt habe ich was gesagt. Du bist als nächstes geworden. Ähm. Billy Wellington? Die Gabel links vom Teller. Äh. Du bist dran. Jo. Das, das war's. Verbeug dich. Ja. Also, ich muss schon sagen, eins muss ich euch ja echt lassen, ne? Das war, glaube ich, mit Abstand der schlechteste Vortrag, den ich jemals weit und breit gehört und gesehen habe. Also, es tut mir ja wirklich leid, das sagen zu müssen. Ich habe ja wirklich schon einiges gesehen. Aber sowas, so über das Heimtier des Jahres, da weiß ich jetzt natürlich auch nicht die Welt drüber. Deswegen habe ich euch das ja aufgegeben. Aber, also, ich glaube wohl kaum, äh, das weiß jeder normale Mensch mit Menschenverstand, dass die, dass die kein Gras essen und, äh, irgendwelche Gleichung oder Mitochondrien. Das sind alles ganz andere Geschichten. Das hat, das ist, wir sind hier, also, ach, ist auch wirklich, ist auch egal. Gut. Und, also, letzten Endes, äh, ich hab mir da auch, ich bin ehrlich von eurem Vortrag auch nicht viel erhofft. Ich dachte, dass es vielleicht ein kleines bisschen besser ist. Aber das, ähm, vor allem nach dieser Leistung oder beziehungsweise nach dieser Frechheit von Tessa heute Morgen bleibt mir echt nichts anderes über, als euch da wirklich einen Minuspunkt für heute zu geben und auch eine dementsprechend schlechte Note, ne? Also, das, äh, ist dann halt einfach mal so. Da muss, also, mehr als eine Fünf ist da bestimmt nicht drin. Also, es tut mir wirklich leid. So, die Nächsten? Also, da hat jemand Fragen zu diesem Vortrag. Ach, keine Meldung. Na gut, ich hätte auch keine Fragen dazu. Jo, da hast du uns ja was eingebrockt. Ganz toll. Ich? Du wolltest doch nicht mitarbeiten. Ich hab dir, ich hab dir ganz genau gesagt, was du zu arbeiten hast. Ne, also, überhaupt nicht. Ich hab dir gesagt, ich hab auch keine Materialien. So, ich hab dir schlechtes Teamwork gearbeitet. Also, wie das funktioniert. Ja, das ist aber schlechtes Teamwork. Ja, wir haben jetzt Fünfen. Nein, wo funktioniert das Business, Junge? Ich wollte doch dieses Jahr der beste Schüler werden. Genau. Und jetzt geht's schon wieder richtig schlecht los. Und ich war der Boss, der dir sagt, was du zu tun hast. Aber du hast nichts getan. Das ist nicht Teamwork. Deswegen hast du verdient die Fünfe. Nein, du hast die verdient. Ach, ist mir egal. Ey! Willst du Stress oder was, hä? Ja, okay. Tut mir leid. Tut mir leid. Was hast du gesagt? Es tut dir leid? Nein, dir tut's leid. Nein, du hast das... Ja, aber du hast das auch gesagt. Ja, okay. Mein Gott, ja. Es tut mir ein bisschen leid. Ja, mir auch. Vielleicht, wenn wir wirklich zusammengearbeitet hätten, hätten wir keine 5 bekommen. Ja, eben. Wenn du einfach mal auf mich gehört hättest, dann hätten wir jetzt vielleicht eine 2. Oder wenn du mir das Handy gegeben hättest. Ja, okay. Wir sind... Oder zumindest vorlesen oder so. Ja, okay. Wir sind beide ein bisschen short. Aber du ein bisschen mehr. Genau. Aber ich war auch stur. Ja, okay. Wieder Frieden oder was? Ja, alles klar. Jo. Mach mal hier. Richtig hier. Gerne. Pommes! Okay. Läuft! Läuft! Sorry, ich muss Sachen. Achso? Okay. Outtick. Was sieht hier eigentlich Frau Barsch mit Herz? Loll. Okay. Sie den ganzen Tag hier alleine sind, das ist doch voll blöd. Da hast du recht. Ausnahmsweise. Bido! 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 Was war jetzt einmal richtig? Bibo! Ach ja. Ich wollte nicht so laut sein wegen dem Mikrofon. Geil. Geil. Ach was kann die denn schon? Entschuldigung. Alles gut. Ich kann gar nicht. Das war so böse. So. So. Zeit ist rum. Bibo Chanel fand ihr... Oh. Bibo Chanel ist gar nicht da. Das ist Tessa. Oh stimmt. Jetzt hab ich was gesagt. Du bist da als nächstes geworden. Ähm. Ähm. E gleich im C-Quadrat. Sag mal die Gabel... Die Gabel links vom Teller. Ja. Ja. Das brüchst du auch gerade. Okay. Dann sag das nochmal. Ja. 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 Ja.